Hallo und herzlich Willkommen auf Twitch bei PartTimeInsane mit Die Sims 4. Ähm, ich muss mal kurz reinhören, ob alles funktioniert. Ach, wunderschön. Wunderschön. So, da ist alles gut, da ist alles gut, mein Laptop steht ein bisschen komisch, ähm, ist da auch alles gut. Also Sammy steht da in der Ecke und schämt sich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das gut ist, aber er hat gerade was gepflanzt, was man vielleicht sieht. Ähm, ja, wir sind heute wieder bei, ähm, Sammy und den restlichen Jungs, Mädels, Freunde der Sonne. So. Äh, gut. So, ähm, heute ist es wieder so, dass ich, äh, den Chat nebenbei laufen lasse. Nicht an der Seite, einfach weil, wie gesagt, kurzsichtig und, ja. So habe ich halt mehr vom Spiel, was ich sehen kann. So, Sammy darf jetzt mal die Blume gießen. Blume gießen, egal wie gießen, bewässern. Wo ist Sepp? Da fand ich irgendwie eine ganz hohe Leute eben noch. Okay, das ist mir jetzt wurscht. Sepp guckt jetzt Fernsehen. Oh, schon drei Zuschauer, was ist denn heute los? Servus. Äh, die ist Arbeiten. Er denkt nach. Oh, ich habe das schnell gemacht. Was denkt ihr denn nach, was ihr denn macht? Ähm, ihr seht, Die sich vielleicht an die andere Szenen erinnern können. Wir haben eine neue Wohnung. Jetzt wohnen alle zusammen. Diese ganze Meute. Da haben wir für, äh, Sebastian und James. Und Mieee. Da für, nein, da für, Äh, Sammy und Mira. Sogar angeblich eine Nachricht. Ich sehe aber keine Nachricht. Hm. Wird schon noch auftauchen. Komisch. Hoffentlich funktioniert da alles. Jetzt sind sie alle weg. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Äh, gucken mal. Ich lasse er mit Kollegen Kontakte kriegen. Er sitzt da doof rum. Gut. Was musst du denn machen? Du bist müde. Warum bist du müde? Äh, du hast aber erst 50% trainiert. Das kann ich jetzt aber nicht so zulassen. Du gehst jetzt erst mal wieder aufs Laufband, Schätzchen. Energie geladen ist mehr drin. Wir hatten jetzt wieder Geld ausgegeben. Wieso hatten wir jetzt wieder Geld gekriegt? Strange. Oh, was? So, machen wir aus. Da ist da James wieder. Ja. Die können sich schneiden gut. Ah, ich habe gerade echt, dass der Schätz-Eintrag nicht bezahlt wird. Wie ist das denn? Jetzt wird Geld abgezogen. Er ist am Trainieren. Natürlich ist der oben ohne. Äh, da geht es mir und schon wieder oben ohne. Er trainiert auf dem Laufband. Mein Gott, man kann sich auch über Sachen... Und jetzt pennt der einen auf der Couch. Ob ich... Ich... James pennt. Ach, James, Sebastian pennt. Aufwachen, Schatzi. Aufwachen. Ich darf da drauf drücken. So, so schlimm müde kann es doch nicht sein. Warum kriegt der jetzt schon Geld? Schelmische Interaktion. Mit wem soll er denn sich schelmisch interagieren? Kann er es vielleicht am Laptop machen? Äh, am Computer machen. Er tüchert in lange Hose an. Und ihr hört kein Pudding. Äh, mehr Auswahl. Web. Kontakte knüpfen. Nein. Wo war das denn? Mehr Auswahl. Irgendwo konnte man fiese Sachen im Internet machen. Hm. Komisch. Aber gerade das mit den schelmischen Aktionen ist immer schwer, weil das die Leute... ...sauer macht. Hm? Oh. So. Miranai Lanzini. Ibarra Wig. Oh. Ach so. Oh. Befördert. Jetzt ist ja Gendemann außen ziehen. Sie verdient 16 Simeons mehr pro Stunde, was eine Stunde lohnt von 37 pro Stunde ergibt. Sie hat einen Bonus erhalten. Irrnäßisches Dienstag. Was für einen Tag haben wir denn? Wir haben Montag. Aber sie muss morgen wieder arbeiten. Oh mein Gott. Hallo, Rabi. Wie geil. Es ist... 5? Wieso ist der so müde? Okay. Ich glaube, ich habe mir in 4 Personen einiges aufgeladen. Ah. Ja? Was war das denn jetzt für... Ähm. Ja, mir geht es sehr gut. Also. Ja. Warum schläfst du jetzt? Ist heute der nationale Penntag oder was? Müssen du dich auch bald arbeiten? Nö, du hast Urlaub. Ja, da kannst du doch mal dieses Schelmbuch lesen, was ich hier eigentlich aufgetragen habe. Schelmbuch öffnen. Wo ist es denn? Da. Lesen. Wie alle am Penntag, was ist denn los heute? Wo schlafen die denn? Du weißt, dass du ein eigenes Bett hast, Sammy? Schieb, 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 schieb. Zurück. Schlafen. So. Ich meine, du kannst gerade arbeiten, also da kann ich mir auch an so ein Nickelchen erfreuen, aber das bringt doch wieder den ganzen Tagesabläufer und den Sims durcheinander. Gizmo schreibt, das ist Liebe. Ich frag mich aber gerade, was er meint mit, das ist Liebe. Ich frag mich auch gerade, was für die Krach, also warum die so viel Krachen mitmacht, also beim Schlafen. Außerdem hat sie ja eigentlich Hunger. Komm, koch mal, Frau. Ich weiß, wahrscheinlich wird sich das wieder vom Gizmo eine Suppe gewünscht, weil er krank ist. Aber Suppe habe ich hier nicht zur Auswahl. So, aufstehen. Ach, sie steht schon mal leider auf. Und du liest. Du bist auch müde. Alle sind müde. Jimmy liest. Und er kratzt sich im Kopf. Er liest, wie man schämisch ist. Ihm geht's nicht gut, weil er so müde ist. Das muss er für die Arbeit tun. Ja, für die Arbeit muss er schämisch sein. Komm. Geh schlafen. So. Komm, zur Seite. Und Sammy isst auch mal was. Er zieht sich wahrscheinlich nichts an, aber er geht mal was essen. Wie gesagt, ich habe keine Suppe zur Auswahl, Gizmo. Oh, jetzt fühlt er sich unwohl. Ach, schön, dass du super hattest. Und weil du krank bist, oder einfach so. So, jetzt unterhaltet euch mal. Ihr mögt euch ja schließlich. Das Gebräuche macht mir jetzt gerade Angst. Ist da irgendwie ein Feuerwerk hier unterwegs. Aber sie quatschen. Das ist gut. Ist das jetzt sauer ohne Grund, oder was? Okay, sie ist einmal wieder sauer ohne Grund, kenne ich. Komische Ansicht, die Drehung ist mal wieder drin. Gleich klatscht mir da ein, oder? Oh, sie räumen uns sogar erst weg. Habe ich eigentlich eine Spülmaschine hier? Nö. So eine luxuriöse Wohnung und keine Spülmaschine. Ich kann ja nicht um eins und so schon ins Bett schicken. So, was haben wir noch was zu tun? Daten durchsuchen. Dann geh du mal. Daten durchsuchen. Na, nicht schlafen. Erst Daten durchsuchen. Schon wieder hast du ja eingepennt. Was ist denn heute los da? Die Leute hier. Können meinen, die sind irgendwie bei mir. Die sind auch schließlich am pennen. Ah. Ich darf auch mal was essen. Da, Gericht. Gericht. Nehmen. Sofort. Ach, jetzt fühlst du dich unwohl. Warum? Ich habe doch extra, habe ich dir ein gutes Bett gekauft? Ich habe dir auch eigentlich ein gutes Bett gekauft. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Warum hier auf einmal alle so müde sind. Weil ich habe es da schon ein bisschen vorgespielt, hart gesagt. So fünf Minuten beim Umziehen, dass die umziehen. Aber irgendwie. Ja. Keine Ahnung, was die da alles angestellt haben. Warum ist der jetzt allein im Zimmer? Der Schreibtisch macht mich auch irre. So Schnuckel, wie geht's dir? Mira hätte das nicht lesen dürfen. Tun wir einfach so, als wäre es nicht passiert. Oh. Strange. Also als Erklärung. Jim ist zu Hause. Die wohnen jetzt alle vier zusammen. Es ist eine WG. Ich habe die umziehen lassen. Ich bin jetzt ganz schlimm müde. Wie sieht es damit aus? 50% erwähnt. Dann müssen wir ihn recht morgen machen, wenn du so schlimm müde bist, weißt du? So. Ausschalten. Und. Schlafen schicken. So. Jim sitzt da schmollen in der Ecke. Ich bin jetzt nicht irre. Das hört ihr doch auch, oder? Ach. Da unten. Okay. Aber das habe ich verpeilt, weil alle ja so müde waren. Ich bin jetzt nicht so müde. Ja. Dings ist jetzt auch zu Hause. Sebastian ist auch zu Hause. Sebastian. Oh. Das sind ja die Wände, die ich ausschalte. Äh. Wo ist er denn? Wie geht's dir denn, Junge? Ja, Alter. Ach, komm. Oh, du musst auch pipi. Geh mal. Bist du da schon? Geh mal. Warum ist denn da Dreck? Dann, äh, wegwerfen und pipi machen. Geh. Das ist irgendein Festival, deswegen, ich tippe auf ein chinesisches Festival, wegen Feuerwerk und so, so ganz rassistisch gesehen. Ähm. Aber es war laut. Ja, Kater, du brauchst Platz. Sorry, ich muss euch kurz mal ein bisschen zur Seite schieben, weil der Kater sich neben mich legen muss. So. Gut. Gut. So, jetzt kann er Lulu machen und schlafen. Na, falsche Frau. Falsche Frau. Hihi. Äh, was hat er denn jetzt? Nix hat er. Er steht dumm rum. Das kann er gut. Du könntest jetzt auch wieder schlafen. Schlafen. Ja. 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 Eigentlich ja nicht, aber. Chinesen machen doch immer sehr viel mit Feuerwerk, oder? Ich sollte öfter vorlesen, was im Chat steht. Das ist, glaube ich, für den Rest, der ist ohne Chat, sieht interessanter. Was machst du denn jetzt? Was für ein Problem hast du jetzt? Du fällst jetzt einfach so um? Du lagst gerade im Bett, du Idiot. Aufwachen. Mann. Er lag im Bett. Ist aufgestanden, um dann auf dem Boden zusammenzubrechen. Fußballfans und Fußballfans dürfen nichts mit Kraketen und so machen, oder? Warum ist hier eigentlich noch alles hellbeleuchtet? Mein Gott, haben die viel Strom. Oh Gott, es sind zwei Katzen da, Jungs. In allen stillen Stunden, wenn die Sims schlafen erscheinen, ulkige Willen reparieren kaputte Dinge. Ich hatte nichts kaputtes, oder? War da ein ulkiges Ding? Das ist schon aufgepasst. Ach, Katze! Soll ich vielleicht das Ding jetzt auch wegstellen? Weglegen. Ach doch, nicht der weglegen! Das ist der falsche Kerl! Falscher Kerl. Der Kerl, der wach ist. So. Weglegen. Und dann schlafen. Gizmo, das ist denen doch egal. Und Rabi hält sie ja meistens nicht davon ab. Es geht immer noch um die Fußballfans, die keine Knaller benutzen dürfen. Die Mäuse sind in der anderen Wohnung. Das ist eine neue Wohnung. Schatz, Darling, Herzchen, ich hab's dir eigentlich erklärt gehabt, dass ich die umgezogen hab. Und egal. Du müsstest doch sehen, dass diese Wohnung viel, viel größer ist. Da, groß, große Wohnung, zwei Menschen. Die anderen Wohnung war ein klein. Oh, können wir mal wieder aufwachen? Das ist langweilig. Frau, wacht auf. Frau ist unwohl, weil sie pipi muss. Und? Weil das Bett scheiß ist, oder wat? So schlecht kann das Bett net sein. Nein, die Mäuse haben sie nicht mitgenommen, Rabi. Wie lange sind wir zusammen? So sollte es besser sein? Anscheinend weiß ich, es ist nicht besser. Warum? Was ist denn jetzt schon wieder los? Angespannt. Warum ist er angespannt? Weil sie was prüfen brauchen. Ja, dann macht man was lustiges. Dann spielen, spiel. Was ist denn das? Dann da. Nee, Sammy ist schlecht noch. Nee, Sammy ist wach. Dann. Äh. Spielen, spiel. Spiel, spielen. Sims forever. So. Macht. Unwohl, weil Pipi... Ja, dann... ...mit Freunden reden. Er hat keine Freunde. Sammy isst was. Sammy könnte auch Frühstück kochen. Nein, Sammy isst nix. Doch, Sammy. Ach so. Ach, wir haben nur ein Bad. Wir haben nur ein Bad. Das ist natürlich problematisch. Ich bin so süß, wenn die sauer sind. Ah. Anscheinend brüllt er jetzt wahrscheinlich noch gleich an. Du kannst jetzt Pipi machen, gell? Frau, du darfst doch abziehen! Also fürs Protokoll, man sollte abziehen, wenn man auf dem Klo war. Was macht der denn jetzt? Er nimmt die Spaghetti mit aufs Scheißhaus. Ich habe die Spaghetti jetzt abgespült. Na. Ja, Sitznetzen. Ja, pullern. Und dann wischen. Wo hat es denn das jetzt hingestellt? Ja, es ist im Unruhver... Ja, aber du musst Pipi... Also hier putzen. Mal verwenden. Ja, der Klo stinkt. Säubern. Ups, das wollte ich nicht. Das hat mich wirklich... Wo er den Essenszeller hingestellt hat. Ja, der hat irgendeine Sau nicht gespült. Ich weiß auch wer. Du hast da drei Männer und eine Frau im Apartment und die Frau spült nicht ab. Und jetzt nimmt der ein Schaumbad. Und irgendwo hat der Nudeln hingestellt und ich weiß nicht wo. Ach, die mit den Wänden? Was ist denn jetzt los? Mira muss zur Arbeit. Arbeiten! Ja, du stinkst. Sei mir schuld. Arbeiten! Ist das er wütend? Warum ist er jetzt wütend? Ich höre die Nachbarn nicht. Ah, doch, da! Kannst du ja mal kloppen gehen. Ich höre das? Malene Quimper! Traut der Käl sich nicht raus? Oh Gott, mein Husten will mich grad nicht in Ruhe lassen. Wie sie jetzt alle so sauer in der Wohnung rumstampfen. Die Klopperei hatten wir ja erst im Flur. Er heißt aber Salim, nicht Alma. So, aber jetzt sind wir alle wieder glücklich. Dann gehst du mal duschen oder baden. Meine beiden Jungs sitzen hier ganz friedlich. Salim muss auch bald zur Arbeit. Die sind so innig, aber Mira und Sammy kriegen das nicht hin. Muss auch duschen. Ach, diese... Ich bin für mehr Liebe in diesem Spiel. Und jetzt geht er weg. Dann nid. Dann lass man... Es sind so viele Leute hier, ich konnte mich nicht kennenlernen. Jibs. Jetzt geht er. Arbeiten. Mira mag ja eigentlich geheim Gizmo. Schön, dass du das behauptest. Gizmo will Beth. Gut, Gizmo will alle. Das haben wir im letzten Stream gehört. Egal, ob es dieser Gizmo ist oder der Gizmo im Spiel. Hä? Warum gehst du denn jetzt da hinspülen? Er geht jetzt wieder mit sich selber. Ne, er tanzt. Das ist so absolut nicht Moriarty. Das sind noch seine Ziele. Verbrecherkarriere. Einen Sinn zum Feind erklärt haben. Schämliche Aktionen. Das ist immer schwer, die Leute halt dann sich zum Feind zu machen. Besonders wenn man so tanzt. Na, falsch, da. Komm mal her. Diese Wände? Ich würde das gerne ausschalten. Batman-Dance? Also eigentlich, da müsste ich ja mit der Musik aufpassen. Nicht, dass jetzt nachher wieder Copyright Sachen auf YouTube kommt. Ich will mich dieser Husten echt nicht in Ruhe lässt. Timna! Warum gehst du jetzt weg? Nicht weggehen! Wo gehst du denn jetzt hin? Ach, du bist doof. Der Kerl will mit dir tanzen und du gehst woanders hin. Um zu tanzen. Aber du müsst jetzt zusammen irgendwas Schämisches machen, okay? Ach, jetzt strahle ich dich wieder. Wie beiden so überhaupt nicht schämisch sind. Sie sind überhaupt nicht böse. Sie sind einfach nur lieb. Kira hier. Ich kann da mal für Ärger sorgen. So gar nicht. Ich will nicht der Auto schämisch sein. Nein. Ich will wieder tanzen. Ach, wunderschönen Ladebildschirm! Lade bilschim, lade bilschim, lade bilschim, lade bilschim. Lade bilschim. Äh, ja, das habe ich bei Okami auch gesehen, da ist irgendwie was, also die, die Capecom France erhebt da einspricht und ich glaube von Okami, äh, von Capecom ist auch Okami und irgendwie ist das komisch, aber okay, ich meine, was soll ich sagen, nein, das ist mein Video. Das ist sehr komisch auf YouTube manchmal, wie zum Beispiel bei den WWE-Streams, alles ok ist, nur das Smackdown-Zeichen, das ist Copyright geschützt. Hallo Fischis! Ich glaube, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Warum ist das so dunkel? Ich will doch nur Ärger, weil ich es Stunk machen. Da. Ähm. Schirmisch. Umfug. Mit Handschocker reinlegen. Was soll der denn? Schnurrst du gerade, Katze? Das ist jetzt aber sehr befremdlich. Oh, nein, nein, nein. Im Flur. Komm mal am Flur. Ich fände sie nicht mehr wieder. Da. Ich müsste auf die Arbeit, aber wir schwänzen jetzt mal die Arbeit, um schämisch zu sein. Nein, er geht zur Arbeit. Oh, Moriarty ist da unten unterwegs, ja dann sind wir da wahrscheinlich. Nein, wir wollen nicht. Grob vorstellen. Ach, wir müssen selber noch einen Feind suchen. Ich finde es schön, dass er überhaupt wieder ein kriminelles Superheuer ist. Viel Spaß beim Spielen, Schatz. Ich halte hier deine Stellung. Geh, ich bin hier drin. Ich bin hier drin. Ich bin hier drin, aber ich bin hier drin. Okay, wer ist das? Wieso sind die gut? Nicht bleib hier! Nicht gehen! Könntest du... jetzt geht er... jetzt bleibst du hier? Scheiße. Mach was! Tamoravoon... Kann ich bestehlen? Nicht weggehen! Du musst jemanden bestehlen! Wo gehst du denn? Junge, wo gehst du denn? Wo läufst du denn hin? Läufst du heim? Er läuft heim. Er läuft heim. Sehr selbstständig. Sehr selbstständig. Zweig! Also diese schwarze Meldung, das ist, dass Gizmo online gegangen ist. Weil er spielt jetzt Fortnite. Sofort habe ich noch zwei Zuschauer. Na, Pause. Mal gucken, was hier alles los ist. Alle sind irgendwie arbeiten. Habe ich ja los. Du hast Hunger. Du könntest ja was kochen. Den Maus in den Kühlschrank nehmen ist auch doof. Aber danach darfst du Abendessen servieren. Fisch-Takos. Da startet sie jetzt doof hin. Nein, nicht duschen. Achso. Jetzt freut sie sich. Trotzdem haut sie die Tür, als wäre was Schlimmes los. Oh, Brepna. Das wären leckere Tofu-Fisch-Takos. Soll doch nett sein, oder? Soll doch nett sein, oder? Achso. Achso, die isst ja eh. Oh. Doppfi-Topa-Kalarga-Farbe-Kweb-Verruda. Doppfi-Tapa-Kaga-Farbe. Oh. Ena. Oh, Samy ist jetzt Team Muskottchen. Verdient 9 Sillions mehr, das heißt insgesamt 228 pro Stunde. Neue Kleider, cool. Oh, jetzt ist er bei mir in der Wohnung geil. Sie glaubt immer noch, wenn unsere Bücher klaust, glaube ich Amok. Und er denkt nur an das eine. Dann schmeißt du rum. Hier, ess mal was. Oh, Schluck auf. Ach schön, er trägt meinen Müll raus. Vielleicht sollen wir uns den Nachbarn doch warm halten. Hier, Teller, wegräumen. Aufräumen. Was willst du? Dateplan. Oh, sollen wir euch auf ein Date bringen? Ich lasse erst mal was anderes planen. Ich hab... Cool. Wie hat er das da oben hingestellt? Wer ist mir jetzt hinterher? Alter! Da! Ich hab mich jetzt grad total verfolgt. Aufrollen. Aber schön, dass ich die Nudeln noch gefunden hab. Gut, mittlerweile verdorben, aber naja. So, mehr Auswahl. Jetzt kann man den... Das wünsch ich doch gar nicht. Jetzt pennt die alle schon wieder. Okay, weil ich so ausdauernd huste, dann lasse ich sie schlafen. Ähm, werde jetzt nochmal ein Bonbon rutschen, wollte ich sagen. Na, nicht... Das mach ich manchmal außerweilend, aber ja. So, aber jetzt kümmere ich mich erst mal um ein Bonbon. Und da läuft einfach noch ein Kerl in der Wohnung rum. Der jetzt schon wieder meinen Müll rausträgt zum zweiten Mal an diesem Tag. Was macht ihr? Im Bad flirten? Was tut ihr hier? Und jetzt kommt der andere noch dazu? Ja! Was spiel ich hier? Tag! Ich weiß nicht, wo ich hier kommt. Der Arme braucht... Ja, dann musst du herhalten, es tut mir leid. Okay, vorstelle. So! Das geht in die falsche Richtung, es ist mir aber egal. Okay, gut, er hat ihn eh rausgeschmissen. Wo war denn da? Dann muss ich mich um Sepp kümmern. Sepp, der Hunger hat, der darf hier erst mal essen. Ein Gericht nehmen! Tschüss! Das Beste ist auch alles andere als ein kriminelles Spun. Das Beste ist auch alles! So! Und du sitzt allein in der Bar und lachst vor dich hin. Und dass ein Beklopptes weiß ich auch nicht. Er hat Spaß. Man kann es nicht leugnen, er hat Spaß. Eigentlich fühlt es nur, dass er so ein Bötchen hat, mit dem er in der Badewanne spielen kann. Ich muss kurz mal Pause machen. Er will von Sims nicht gemocht werden. Ach so, falscher Charakter. Wir wollen Sammy. Ich will Sammy. Ach, Karriere. Er muss trainieren. Er muss Charisma erhalten. Ich kann das nicht ausschalten. Und jetzt hier mal pflanzen, jäten oder gießen. Okay, dann schicke ich dich mal hier hin. Oh, 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 kümmere dich mal drum. Ähm, bewässern. Und dann dazu trainieren. Können wir hier, grünen wir jetzt nur weil er im Raum ist, oder? Ja, erstmal kann er theoretisch sterben. Weil er nur erstmal trainieren kann, ist ja auch richtig. Oh, du arbeitest noch. Was denn jetzt? Ich mach doch nix! Moment, Moment, Moment. Hier, da. Oh Mann, warum darf ich dich nicht bestehen? Ja. Ja. Splyfkanar, Pando Kress. Ugh. Gora Uchme, Benorv Gorg, Snorps, Glona Arbe. Afongi Turrum, Biro, Skansen, Sigluna. Genai. Oh. Ugh. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ich hab sie guter. Jetzt rennt er an mir. Jetzt quatscht er sich selbst im Spiegel. Mut zu. Ja und Semmy trainiert. Ich kann da sich nicht ausdenken. Ein Pfütze spielen. Weil er kokett ist, will er in der Pfütze spielen. Irre. Fall nicht hin. Ah. Genau. Hast du gegessen? Nein. Okay, er hat gegessen. Das ging jetzt aber schnell. Jungs, ihr habt beide im Bett. Irgendwo sind die Fischlackos. Nett da oben, oder? Ja. Ach, die sind auch drin. Schlafen wir alle? Ach, weil du noch da bist? Ich muss schon Handspullen, weil er noch da rumsitzt. Du darfst gehen. Genau, geh. Tschüss. Genau, geh. Vielleicht snifft er nicht die Hände. Tschüss. Geh, bitte. Das ist mein Computer. Das ist mein Computer. Die Leute. Geht. Ziemlich overly-attached. Jetzt schläft er auf meinem Stuhl. Oh. Ach, das ist ein normales Tempo. Das ist ein normales Tempo. Spaß. Wie immer. Ach, verdammt. Erst noch mal sortieren. Hallo. Frühstück servieren. Eier und Toast. Danach darfst du duschen. Na, nicht Rede üben. Was ist das? Diese Verrückten. Wir können alles... Schau mal daneben. Und go. Oh. Ah. Bisschen. Du bist die beste Köchin von allen und trotzdem passiert dir sowas. Wie schlecht ist es denn? Ich kann sie es noch nicht. Och, koch nicht so lang Frau. Du musst gleich arbeiten. Steht da jemand auf? Nein. Steht da jemand auf? Nö. Mampf. Das Stimme ist immer, wenn ich hier bei Sims anränge zu kochen, kriege ich auch Hunger. Sammy klingelt. Kommt der jetzt? So, aufstehen Sammy Bear. So, ich bin nicht so lang. So, ich bin so lang. Wie ist es so lang? Ja. 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 Bis Richtung aller The Himmessah? Um mich zu springen, zweifache, dass du Obviously nicht will. Alle peoplePorzen, wew, wew. ikal, wew. Du musst dich an den Ahnen brüllen. Oh, jetzt kannst du dich mit dem beschäftigen. Nee, du gehst erst mal was du isst, erst mal was. Wo ist denn diese Steuerung? Zoom. 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 Eingrisch stehen. Irgendwer wird er schon aufräumen. Und ich wüsste über was er sich aufregt, dass er Tino schlecht gespielt hat. Ja. 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 Dann geht's wieder. Oh, er will boxen. Jim will boxen. Kriegen wir hin. Kriegen wir doch hin, oder? Ah, es nimmt wirklich Überhand bei dem da. Selber beschwert er sich bei Jim, also eigentlich bei allen, die da wohnen, dass es zu laut ist, aber dann ist er selber auch laut. Idiot. Cockett. Bleib hier! Allein. Jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm. Du 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 du. Du 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 du. Kann ich jetzt endlich spülen? Ich hätte sofort kämpfen sollen, dass mir das in der Auswahl gezeigt wurde. Ja, ich lerne ja noch. Ich lerne ja noch. So, wo ist der heute? Wo ist er? Ich muss klein. Ist er weg? Was ist denn der Idiot? Ist keiner hier. Aber eine Shisha hat er. Ist aber auch niedlich. Er will doch nur prügeln. Warum ist niemand da zum Prügeln? Gehen wir wieder nach Haus. Ist es schwer, mit dem Kerl sich zu prügeln. Ich lade die Flasen. Oder行? Was ist doch irgendwie. Nichts, Mist. Wenn er jetzt bei mir rumsitzt, dann hau ich ihn auf. Kein Bock, sie stehen so weg. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich jemanden fight will. Und wer ist denn das denn? Den kenne ich nicht. Wer ist das denn? Ralf? Hä? Moment, stopp. Achso, das ist ja Team-Maskottchen. Er darf das. Da ist er. Ne, Quatsch, das ist der andere. Das ist der Kumpel von Sammy. Ja, der Akira. Die haben so eine ähnliche Frisur, deswegen habe ich das verwechselt. Okay, du musst aber auch wieder schämisch sein, oder? Oh, aber sie haben sich so lieb. Sie haben sich ein bisschen nicht mehr lieb. Oh, Heiratsantrag, das wollen wir ja mal nicht anfangen. Wer ist denn sonst? Äh, Larkin? Kürzlich hat der Starspieler Sammy ganz schön kommandiert. Soll er ihn ansprechen, oder einfach damit leben? Ansprechen. Zwickmühle! Mira und ihr Team führen eine routinemäßige Durchsuchung nach Schmuggelware durch. Als nur noch zwei Räume des Hauses zu durchsuchen sind, kehrt der Verdächtige früher, als er wartet zurück. Mira muss entscheiden, ob sie in den Keller oder in den Dach bringen kann. Borden durchsuchen, doch für beides reicht nicht die Zeit. Kann er durchsuchen. Äh, Pause. 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 Okay, der Stars spöttelt nur über die Anschuldigung von Sammy, dreht sich herum und beschwert sich beim Trainer über seine Leistung. Was für ein Schuft. Äh, Leistungsverschlechterungsrichtung. Okay, gut. Andere Sachen haben wir ja auch noch. Pinnwand. Pinnwand. Pruppen. Steuerung. Pinnwand. Beim Durchschuldigen einer vergisst, äh, einiger Kisten vernimmt Mira das Heulen von Sirenen. Der Verdächtige hat unten Geräusch gehört und die Polizei verständigt. Jetzt muss das Team von Mira einiges erklären. Komische Sachen, was die jetzt uns... Wo sind denn der andere Kerl? Wieder am Computer. Was ist denn das eigentlich von Musik? Was ist die Liebesmusik? Klappt schon. Oh, oh. Quitsch, quitsch, quitsch. Ja, ich lass euch mal alleine. Diese Fremden, die immer rumhängen. Wird ich durch? Ach, Jungs. Und der eine pennt schon. Okay, gut. Sie ist wieder aufgewacht. Jungs, ja. So ein bisschen Nudeln, so voll wir schlafen. Ach, geht ihr jetzt gemeinsam duschen? Das wäre so, geht das überhaupt? Ja, ihm geht's gut, er hatte knappen Tösch, der möchte. Ja, da, nimm das. Essen. Oh, er müsste auch Pipi. Das finde ich auch. Wo ist denn jetzt der Kerl hin? Ich verstehe nicht, ich verstehe echt nicht, wie die sich ihre Plätze zum Essen wählen. So gar nicht. Verstehst du das, Kat? Verstehst du dich? Ja, dann geh doch. Ach, das. Naja, das ist keine Spülmaschine. Ja, sonst würde ich hier eine Spülmaschine bringen. Oh, blark. Blark. Was so? Ja, sonst würde ich hier eine Spülmaschine nehmen. Ja, sonst würde ich hier eine Spülmaschine nehmen. Ja, sonst würde ich hier eine Spülmaschine nehmen. Da, in Form provozieren. Warum können... ...Dings wissen heute? Vielleicht weil er nicht so hoch ist in der Champ... ...in der Champigkeit... ...Chillen. So, duschen mal ein bisschen. Oh, der muss auch wieder arbeiten. Das tut mir leid. Also, vier Leute zu betreuen ist extra Arbeit, das sag ich jetzt mal schon. Und gerade diese Jobs-Sachen noch dazu. Na klar, das hier ist etwa gleich. Das ist der andere jetzt weg. Das ist der andere jetzt weg. ... ... ... ... Ah! Ah! Mhm. Hm? Okay, jetzt zur Arbeit. Ist Miri schon wieder da? Oh ja, grad gekommen. Machen wir doch das hier. Das gelbe. Schau mal in den Mund. Ja, fehlt Spaß. Arme Schätze. Aber deinen Job machst du auch nie. Ein bisschen spielen darfst du. Oh, ich bin nicht ganz alleine. Okay, ich hätte jetzt nicht ein Schaumbad schicken sollen. Der geht jetzt auch. Oh, mein schönes Frühstück ist schlecht geworden. 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 Das ist das 2-0 oder das 1-0? Das Musikkotchen ist da. Ah, könntest du dich bitte umziehen, damit ich dich wieder ernst nehmen kann? Outfit ändern. Ach, schön. So, und was willst du? Etwas säubern. Du willst etwas säubern? Ist nicht hier irgendwas? Nein. Du spissstinkig. Du könntest Charisma lernen. Ich hab einen, dann. Daaa... 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 Ist er nicht mehr unlustig? Ein bisschen nassig ist noch. Nette Freundschaftsanfrage. Die werde ich nachher beantworten gerade. Passt nicht. Das ist immer lieber doof. Aber danke! Ähm, falls sonst noch jemand, der jetzt zuguckt oder später schaut eine Freundschaftsanfrage an mich schicken will. Ähm, nicht Mira Moriati, Mira San. Ich würde jetzt einen Commander intippen im Chat, damit man das liest, aber... Das funktioniert noch nicht. Achso, da ist es. So, ich glaube die Frau muss was essen. Gut. Ähm... Das ist ein Kerner. So viele Sachen, so viele Aktionen. Äh... Reste nehmen. Och, warum fühl ich dich als unwohl, Sammy Bear? Weil er dreckig ist. Weil er stinkig ist! Deswegen schicken wir jetzt mal... Oh, er wollte auch was säubern, aber jetzt will er nichts mehr säubern. Ja, er geht duschen. Aber er wollte auch was säubern. Kann er dann auch säubern. Säuber, säuber. Und dann ist er müd. Achso, ich muss mir erst jetzt das reden. Dreschen. So, genug geredet. Hogan! Hört nicht auf mit den Nachrichten. Ah... Ha, ha... Danach will ich... ist ja auch... Okay, gut, wir haben fast zwölf. Er dürfte schlafen. Diese Wände. Ich bin bald fertig. Auch Pullen musst du auch noch. Jetzt ist er bald nicht mehr Energie geladen. Er will ein Auto haben. Ach, er will ein Fitnessstudio besuchen. Jetzt! Ja, ich will nur mal ein Fitnessstudio besuchen. Mach's aber nicht heut. Schnelle Mahlzeit essen. Erbsen? Guck das. Ist todmüde und hat Hunger, aber er will in die Stadt. Unlogisch ist der Mann. Unlogisch. Was ist das denn? Es ist auch blöd, dass die da außen rumrennen müssen. Warum es denn nicht hier ist und durchgehen? Da hat jemand nicht nachgedacht. Oh, lecker Sandwich. Riecht so toll. Jetzt heult er rum. Eben wollte er noch... Hey, lass uns in die Stadt gehen rumtanzen. Jetzt heult er rum, weil ihm unwohl ist. Das war hier, müd. Na, na, Moment. Stopp. Halt. Erst aufräumen. So, und dann Betty-Bit. Ja, erst aufräumen, dann Betty-Bit. Brav. Da hat man auch keine Fremden in der Bude. Ob noch Willstel kommen? Ich sollte mal irgendwas, was kaputtes kaputt lassen, aber... Oh. 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 Bösewichter kommen ja erst in der Nacht heim. Jetzt zum Beispiel. So. Er ist stinkig. Dann geht er mal... Duschen. Sebastian. Sebastian geht's okay. Aber er hat Hunger. Dann geht Sebastian mal... ...Reste essen. Und ich so wieder rein. Ja. ... ... Das ist deine Anweisung mitverstanden, Herr? Oder... ... ...denkst noch über dein Leben nach? Duschen. Angespannt. Stressiger Arbeitstag. Warum ist es jetzt hier eklig? Wie immer alle müde sind. Na, du hast ein Bett. Hier, da Bett. Beanspruchen, Bett. Schlafen, Bett. Jim darf da auch gleich rein. Was ist das? Ich mach jetzt mal auf. Pause. Weil ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt den Stream zu beenden. Also momentan passiert ja eh nicht so viel. Ihr habt aber mal die neue Wohnung gesehen, die neue Konstellation zwischen den Leuten. Ihr habt gesehen, wie problematisch es ist, viele Leute auf einmal zu betreuen. Und ich will mich danken für jeden, der da war. Ich weiß, Sonntag ist ein Tag, wo jeder streamt. Ich kann mir vorstellen, dass der Umzug auf Twitch nicht jedem gefällt. Aber die Streams bleiben ja bestehen. Außerdem meine ich zu wissen, dass man auch selbst nicht mit einem Twitch-Account im Twitch mitchatten kann. Zumindest habe ich so eine Einstellung gesehen und habe es zumindest nicht eingeschränkt auf Twitch-Only-User. Also theoretisch kann jeder mitchatten, jeder, der Lust hat. Und wie gesagt, ich dachte, es ist einfach mal nett, wenn Gizmo auf YouTube bleibt, während ich jetzt am Twitch für uns als neues Feld, wie soll ich sagen, erobere. Weil das hat ja auch das Gute, wenn man zwei Menschen, also wenn man jetzt zwei Leute sind, dass man das machen kann. Gemeinsame Projekte werden natürlich auf YouTube bleiben, genau wie unsere Let's Plays. Aber für Livestream empfinde ich Twitch einfach als besser. Aber das war jetzt so meine kleine Predigt zum Abschluss. Ihr könnt natürlich gerne euch mit mir in Verbindung setzen und eure Wünsche äußern. Was ich noch aufnehmen soll in den Stream, das funktioniert natürlich am besten vielleicht beim Chat beim nächsten. Ich habe auch weiterhin eine Abstimmung laufen auf Twitch über das nächste Spiel, was ich dann spielen soll. Und zwar habe ich beschlossen, das noch bis Freitag nächste Woche laufen zu lassen. Also ihr habt jetzt noch fünf Tage Zeit. Sechs Leute haben schon abgestimmt. Und ja, ich hoffe ihr hattet Spaß. Und man sieht sich dann. Goodbye. BASY